Hallo Chef! Hast du Lust, unsere Team einmal zu präsentieren? Ja, zeig dir die Nachfrage. Komm, zeigen wir mal. Das ist mein Büro. Hier wird alles abgewickelt, wenn es um Kaufverträge geht, wenn es um finanzielle geht, wenn es um Finanzierungsbauspiele geht, wird hier alles kontrolliert. Hier nebenan ist das Büro von meinem Bruder Yassin. Hier macht er auch natürlich Verkaufsgespräche. Nachwuchs-Junior-Gyorksu liegt auch schon da. Er übt Vokabel, wenn wir Gäste reinkriegen, wenn wir hier ein Meeting machen oder Finanzierungsbauspiele ausrechnen, machen wir das hier auch. Wir lassen jetzt Rapheth ganz kurz alleine, damit er für die Schule üben kann. Hier stehen unsere sportlichen Fahrzeuge in der Verkaufshalle. Ganz vorne legen wir noch ein Fahrzeug gleich rein. Klar haben wir auch draußen auch sportliche Fahrzeuge, aber die engere Auswahl legen wir hier vorne hin. Im hinteren Bereich geht es auch weiter, wenn du einmal hier rüber zeigst. Da hinten geht es auch natürlich weiter. Wir haben auch eine separate Vortoecke. Wir sind ein Familienbetrieb in der zweiten Generation. Wie bei Amazon, von A bis Z bieten wir alles über Autos an. Wenn es eine Finanzierung ist, wenn es eine Aufbereitung ist, wenn es eine Reparatur ist, mit dem Motor machen wir alles. Hier haben wir unsere Fotoecke und wir verkaufen noch natürlich Wohnwagen. Das ist unser selbe eigenes Produkt. Wir sind selber Hersteller von diesen wunderschönen Wohnwagen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr natürlich auch uns dafür ansprechen. Liegt unter 750 Kilo und man kann es mit ganz normalem Führerschein Klasse B fahren. Ja, hier hinter verbirgt uns unsere Werkstatt. Alle Fahrzeuge, die ihr seht, gehören nicht uns, sondern das sind wirklich Aufträge, die wir hier machen. Wir arbeiten eng mit Autohäusern zusammen, wo wir Reparaturen durchführen. Ja, eine riesige Karosseriehalle haben wir. Wir haben 25 Mitarbeiter, wo wirklich alles hier im Fahrzeug gemacht wird. Hier beispielsweise eine S-Klasse, wo ein Unfallschaden ist, wo wir das reparieren. Wohnmobile machen wir, Zusatzarbeiten machen wir alles. Hier vorne haben wir den Servicebereich und hier hinten haben wir die Lackiererei. Wir haben eine riesige Lackierereihalle. Aufbereitung wird natürlich auch durchgeführt. Die Dana ist für die Aufbereitung zuständig. Einmal hier die Lackiererei. Wir haben natürlich auch eine eigene Lackierkabine. Ja, was haben wir hier? Hier durch die Halle haben wir die Annahme für die Karosserie und Lackiererei. Wir haben eigene Gutachter hier im Haus. René beispielsweise macht die Unfallgutachten. Richtig, René? Genau. Wie viele Physicherungen arbeiten wir zusammen, René? Boah, eine ganz große Koppel. Bestimmt acht Stück oder so. Acht Stück? Acht Stück von Reparaturen oder so. Wie sieht die Auftragslage für die nächsten zwei Monate aus? Sehr gut. Also wirklich sogar auch so weit. Wow. Okay. Also, falls ihr ein Fahrzeug zu reparieren habt, Unfälle, Lackierungen. Ihr seid hier in der richtigen Anresse. Und hier ist unser Hof, wo Fahrzeuge stehen zur Wartung, zu Unfällen, die repariert werden müssen. Wir verkaufen auch natürlich neue Wohnmobile. Wir sind Vertragshändler von Wingam, Lamarca, Notin und seit vor kurzem Rimor. Vorne haben wir unseren Mitsubishi Autohaus. Wir sind auch Vertragspartner von Mitsubishi. Wir sind in der zweiten Generation. Wir haben diese Firma übernommen, was seit 100 Jahren besteht. Also, wir haben wirklich Querbeeteimer. Alles von kleinen Fahrzeugen bis zu sportlichen Fahrzeugen mit über 600, 700 PS. Wir sind in Mülheim an der Rohr in 45476 auf der Steinkampstraße. Und hier stehen auch draußen unsere Gebrauchtfahrzeuge. Scheut euch nicht. Kommt vorbei. Wir bieten Finanzierungsmöglichkeiten an über die Konsorsfinanz Santander FC und über die MKG Bank. Ja, und hier ist unser Eingangsbereich auch. Und da sind wir auch schon fast fertig. 15.000 Quadratmeter Grundstück haben wir. Es ist ein Eigentum. Wir sind immer hier auf diesem Standort. Hallo. Guten Tag. Auch junge gebrauchte Fahrzeuge mit geringer Laufleistung, saubere Historie und Wohnmobile auch, bieten wir Fullbook, auch neuen Wagen, auch Forster-Modelle, neue Fahrzeuge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr uns gerne besuchen kommen wollt für eine intensive Beratung, sind wir von Montags bis Freitags von 9 bis 19 Uhr erreichbar oder am Samstag von 9 bis 15 Uhr oder unter der Telefonnummer 0208 8753-00 und kommt alle bitte vorbei.